Musik Dankeschön, Herr Müller. Jetzt lassen Sie den für den besseren Überblick alle Athleten einmal so auf der Bühne stehen. Jetzt kann sich jeder von seinen Favoriten noch mal ein Bild machen, das Kampfgewicht. Jetzt kann sich jeder von der Bühne stehen. 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 Dankeschön! Danke schön! Jetzt kann sich jeder von der Bühne stehen. Lug spread. Side chest. Das sind diegültige Bühne stehen. Das ist diegültige Bühne stehen. Ente ist diegültige Bühne stehen. Becks, Legs, Legs, Legs Kaufe, Kaufe, Kaufe Side, Triceps Und nicht vergessen, die Athleten anzufeuern. So, maskulär. Applaus Ist sicherlich auch noch mal einen kleinen Applaus wert. Dankeschön. Kommen wir zum zweiten Verleih von Kampfrichter Nummer 1. Drone Double Bicep, please. Flat spread. Side chest. Bleck Double Bicep. Kaufe ist, Kaufe ist. Kaufe ist, Kaufe ist. Bleck, Lads spread. Bleck, Lads spread. Side-Troices Side-Troices F-Dice And your favorite most, Masjab Side-Troices Dankeschön Boris Karst Mandula Ikudlo Dankeschön 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 Boris Karst Mandula Ikudlo Applaus Dankeschön 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 Wir sind jetzt hier noch ein bisschen der Latsch-Konan-Morilla-Guard. Wir haben an dieser Stelle auch schon mal im Wechselbereich die Geschäftsleise der Firma Lund mitgegeben. Und ein großes Dankeschön für den Zürich und Applaus für Andi Bein, Alex Kampfer, Marschmehrmann, Jimmy Norris, Alex Elendorf, Claude Radigas. Jetzt haben wir um den ersten und zweiten Platz ein Duell gehabt, ganz jung, noch in der Kinderfüße quasi, und sehr erfahren, fast im Rentenalter, aber immer noch sehr viel. Unser zweiter Platz, der Scheck über 750 Euro, geht an Alex Elendorf. Sicherlich noch mal einen ordentlichen Applaus wert. Der erste Platz, ein Scheck über 2000 Euro, betreiben Sie auch das Präsent an Abdullah Aykutlu. Vielen Dank. Ich bin aber auch interessant. Gut.